Und da wären wir auch schon beim 30. Part angelangt, bei Super Mario Maker. Hallo Freunde, weiter geht's mit euren Leveln. Ich hab ein weiteres vorbereitet. Sofort für den Anfang von Dennis Ko. So, Two Space. Oh, das sieht ja schon mal interessant aus, mit Raketen und sowas alles. Okay, und auch das kleine Minibild zeigt schon richtig, dass das irgendwie wirklich was mit Weltraum zu tun hat, anscheinend. Okay, legen wir los. So, 30 Parts. Ich weiß noch, eigentlich wollte ich ja, dass es mit 30 Parts beendet wird, das ganze Let's Play. Aber nein, ihr habt schon recht, von wegen, da steckt viel Potenzial hinter und solange ihr noch Levels macht und so. Aber, wow. Aber ich glaube, also an die 100 will ich es jetzt eigentlich nicht machen, das Projekt. Und auch nicht, an die 50 will ich es auch nicht machen. Hoi. So, hier haben wir eine Rakete. Hier komme ich aber nicht rüber. Ich muss ja auch da lang. Oh, eine Blume. Hör doch mal ab hier. Ah, wow. Okay. So, ich glaube, ich soll da aber rein. In die Rakete rein, ja. Okay. Bam, 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 bam. Wooo. So, Powerblock, nehm ich mal mit. Achtung. Antrieb. Wop. Aua. What? Oh Gott. So. Ah, okay. Ich habe die dicken Wurms da weggebasht. Geil. So, wann bin ich denn? Wenn ich mal im Space hier... Wow. Oh Gott. Ah, nein. Bam, 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 bam. So. Hoch geht's. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, was ist das jetzt hier? Wieder ein Raum, wo man getrapped werden kann. Ich hoffe nicht. Ähm, okay, ich muss. Verdammt. Ah. Okay. Warte mal, kann ich nicht, kann ich nicht, äh... Ich müsste... So, genau. Ah, so, genau. Alles klar. Und zack. Bababam. So, und geht's jetzt in Space? Ich hoffe doch. Oh ja, wir sind in Space angekommen. Voll geil mit dem Hintergrund. So. Wow. Okay, ein... Ein Kupapanzer. Reicht jetzt einfach? Geht das? Alter, geil. Genau, abgetimt. Und jetzt muss ich die Bombe hier... Boom. Sehr cool. Geil. Ich glaube, es gefällt mir. Schöne Rätseln. Es bleibt tatsächlich auch explodiert denn so. Oh Gott. Bam, 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 bam. Na, die Space Aliens hier. Bam, bam, bam. Okay, ich muss nach oben. Aber erst mal... Alter, was ist der Hölle? Boah! Einfach totgequetscht. Mist. Wie geht das denn? Leute, ich wurde zerquetscht. So, no good. Das ist ja nicht weiter schlimm. Ich gehe einfach nur weiter. So, komm. Powerblock, komm bitte raus. Ja, da kommt ja der Powerblock. Für mich. Ups. Na, super. Okay, dann einfach so schnell durch. Bam, 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 bam. Hm, 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 hm. So. Nein, 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 ich will hier rein. Oh Gott. Warum, warum? Okay, oh. Trotzdem noch drinne. So. Adieu. So. Und wieder ab in Space. Der Dennis macht coole Level. So, vor allem finde ich halt so geil mit der... Aber hier war der Eis. Mit der Bombe. Flup. Äh, hups. Oh nein. Oh, einfach in den Tod. Mist. Ich dachte jetzt nicht, dass die so schnell da runterfällt. Verdammt, da misst man. Ja. Yeah. Du, 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 du. Dinn. So. Komm her, Block. So. So. Und Bams. So. Alle geohnt. So. Okay, oh Gott. Das war vielleicht... Ah, gar kein Fehler. Gut. So. So. Und geil. Jetzt mal mit Feuerkraft hier im Space. Bam, 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 bam. Abgehoben. Völlig losgelöst. Wups. Wow. Das ist rutschig hier. Deine Lade, Lade. Was? So, kurz. Still waiting. Bam, 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 bam. So. Und rein da. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Wups. 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 So, dann geh ich mal jetzt schnell da hoch, bevor die Blöcke mich töten. Die Blöcke wollen mich töten. Alter, Mann, ey. Was ist das hier für komische Gadgets im Hintergrund? Die sind ja alle schon automatisch so abgespaced aus. So, jetzt muss ich den Typen da abknallen. So. Wow. Okay, warte, wann soll ich jetzt? Okay, wartet. So, okay. War das jetzt hier richtig? Okay, ich brauche einen Stiefel. Den ich hier bekomme. So. So. Wee. Bada, 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 bada. Mit was so einer Rakete heutzutage alles ausgestattet ist. So. Au. Ich verstehe. Na gut. Äh, Mist. Ich dachte, ich kann jetzt einfach eins schlau sein. Ihr wisst ja, ich und schlau. Ne? Wisst er ja Bescheid. Bam, bam. Da, 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 da. So. Ich muss aber da leider mit dem Stiefel hoch. Hui. Das geht nicht anders, Mann. Ach, man kann ja auch, man kann mit dem Ding auch fliegen. Ich bin gerade gewundert, was das für eine Rollschwaber. Das geht ja wirklich. Ah. Dun, 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 dun. Bam, bam, bam. Entdecke hier komische neue Sachen. Klopp. Aber es ist ja unendlich nachfüllbar hier. Es ist ja, hier nachfüllen so oft erlaubt, wie man möchte. Bam, 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 bam. So, ich muss halt hier jetzt hoch. Dann kann ich ja auch auf den Typen hier rauf. So. Und hier durch. Okay. Und was jetzt? Okay, schaffe ich das? Ach, ich kann ja fliegen, wie gesagt, ne? Haps. Wow. Die Räuche, man fliegt. Oh, oh. Ein schwebender Schuh. Dam, bam, ba-da-dam, bam, ba-dam, bam, ba-dam. Oh Gott, ich werde abgeballert. Oh mein Gott. So. Oh, oh, oh. Düm, dä-düm. Die Mucke. Hm, 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 hm. So, geschafft. Wieder in die größte Rakete hier rein. Oh, oh. Oh, no. Achso, der olle Schuh fliegt da mal rein. Ist das alles übel? Bam, 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 ba-dam. Ich will den Schuh haben. Der ist hübscher. So. Klunk, klunk, klunk. Klunk, klunk, klunk. Äh. Ah, stimmt. Man kann eine Stampfattacke mit dem machen. Genau. Das ist ja geil. Das habe ich alles bisher... Das mache ich jetzt gerade zum ersten Mal. Ja, was zur Hölle. Oh. So, komm. Ah, jetzt. Einfach mal so. Doink, 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 doink. Alter, mit dem dicken Schuh in die Höhle rein. So, na, okay, super. Was sind wir denn jetzt gelandet? Wana. Wana. Okay, geht's gar nicht um so lang. Oh Gott, nein, nein, nein. Wow. Ich habe meinen Schuh verloren. Ich habe ihn verloren. Ich hoffe, das ist jetzt nicht schlimm. Wir sind übrigens wieder am landen. Wir haben den Weltraum verlassen. Oh Gott. Dum, 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 bum, bum. Oh. Mm, 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 mm. Ja. Oh Gott, wir sind wieder sicher gelandet. Geil, Mann. Das war auch ein sehr cooles Level. Mit einem sehr coolen Theme. Mit dem Weltraum-Theme. Man hat alles cool verstanden, ja, man, dass man erst abhebt und dann im Weltraum da ein bisschen rumreiert. Sehr geiles Level, Dennis. So. Ich weiß schon, was ich da für einen Kommentar mache. Stern gegeben. So. Das nenne ich jetzt völlig losgelöst. Ist das nicht toll? So. Zack, 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 zock. Ähm, Buchstaben bitte. Einen kleinen Buchstaben. So. Völlig losgelöst. Mann, dass man diese Umlaute immer suchen muss. So, völlig losgelöst. So. Alles klar, Leute. Dann machen wir gleich weiter mit einem nächsten Level. Swing, wing, wing, swing, wing, wing. Nachdem der Beitrag erstmal gepostet wurde. So. Tada. Gut, also jetzt habe ich mir ausgesucht das Level von Ziggy. Und zwar nicht irgendeinem Ziggy, sondern vom Ziggy641982. Zwei. Okay. Ich weiß nicht, warum er uns seine, ähm, seine Pindaten hinterlässt. Aber ist okay, vielleicht, ähm, ne, ich weiß nicht. So. Zack, zack. Badam, bam, 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 bam. Auch er hat ein Level gebaut, was ich unbedingt mal zocken soll. Und da mache ich das doch glatt, ne? So. So, so, okay. Mal gucken. Level wird gesearcht. Badam, bam, bam. So. Von Ziggy. Escape from Gundoffs Castle. Ah, ja, genau. Hat er auch eine kleine Geschichte dazu geschrieben, dass es so ist, wie das Link und Zelda halt entkommen müssen aus Gundoffs Schloss. Bin ich ja mal gespannt. So. Okay. Äh. Oh, warte mal. Hat irgendjemand da gerade schon was gespoilert? Dann mache ich die Kommentare mal aus. So. So. Aus. Irgendjemand hat hier was gespoilert von Invisible Block. Den will ich jetzt einfach mal suchen. Aha. Ach so. Der ist sogar wichtig. Nun gut, okay. Der war sogar wichtig. Na denn? So. Ich habe die Kommentare jetzt aber ausgemacht. Keine Sorge, sieh. Die Kommentare, sie sind aus. Jetzt wird nicht mehr gespoilert. Hoffe ich jedenfalls. Alles klar. So. Aus dem Schloss entkommen. Und jetzt macht es Zelda. Dum. Bam, bam. So. Erstmal hier kurz gucken. Dö, dö. Oben auf dem Schloss mauern. Dö, dö. Bam. Hier gibt es aber nichts. Dö, dö. So. Mit den geilen Boots, die hier nicht fliegen können. Hier sind ja andere Boots. Die haben so einen kleinen aufziehbaren Schlüssel dabei. Autsch. Okay. Das war so gewollt. Link ist wieder dran. Yeah. Dö, dö. Hups. Ho. Okay. Weiter. Der sieht ja verdächtig aus. Der Zaun. Aber ist nichts. So. Kurz in Deckung. Wie bei den Pilzen. Hier muss noch irgendwas sein. Bestimmt irgendwo eine Bombe. Dann springt man ein bisschen rum wie so ein Idiot. Aha. So. Flup. Boings. So. Aber fies. Man hat nur eine Chance hier. Aber ich habe sie gut genutzt. Ist hier noch irgendwas anderes versteckt? Tatsächlich. Noch mehr Bombis. Die man leider ja nicht mitnehmen kann. Hoffentlich braucht ich die jetzt nicht. Okay. Nee. Gut. Alles gut. Hier sprudelt aber das Feuer. So. Jetzt ist er wieder dran. Yeah. Oder schick. Einfach verkleidet. So. Okay. Halt der olle Geist. Der darf mich nicht sehen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Und jetzt. Okay. Das hat nicht geklappt. Bam. Aber hey. Weiter geht's. Ins Schloss. Okay. So. Hier. Sprich einfach mal oben drüber. Weil ich so. Okay. Das war sogar so gewollt. So. Sonst ist ja nichts. Nee. So schnell hier hoch. Ich würde gerne wieder links sein. Link. Yeah. Woo. Wollen wir mal kurz mit dem Schwert schützen. Schlitz. Oh. Sch. Na komm schon. Oh Schlitz. Na okay. Dann hört nicht. Du. 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 So. Ist hier irgendwo auf der Treppe irgendwas versteckt? Hoffentlich nicht. So. Das ist gleich wieder ein Zeldas Part. So. Okay. Ich brauche. Oh Gott. Ich brauche Bomben. Dann mach ich mir am besten mal so einen leichten Weg. Dass ich die Bomben runterkicken kann. Das muss bestimmt so gemacht werden. Oder nee. Ich lasse sie einfach hier runterlaufen. Genau. Kommt mal mit. Kommt mal her. Yeah. Yeah. Kleinen Bomben. So. Ganz easy peasy. Erledigt man. Soll ich noch irgendwas hier oben? Nö. Kann ich hier vielleicht rein? Nein. Das geht auch nicht. Glück. Hm. Und Link ist wieder dran. Wow. Yeah. Yeah. Wow. What? What? Oh yes. Wir sind aus Ganons Schloss gekommen. Ach war das. So. Sehr schön. Wirklich? Ein sehr, sehr schönes Level. So. Kriegt er wieder einen Stern. Zock. So. Immer schön im Wechsel mit Link und Zelda, dass die beide entkommen müssen. So. So. Bin entkommen. So. Bin entkommen. Bin entkommen. Sehr cooles Level. Vielen Dank Sigi dafür. So. Jetzt habe ich noch ein Level aufgeschrieben. So. Was wird denn den. Was das letzte in diesem Part sein wird. Ich hoffe es ist nicht schlimm wenn der Part heute mal kürzer ist. Denn wie gesagt ich weiß ja nicht was das für ein Level ist. Und so. Aber naja ihr wisst ja. Wir haben ja dafür mehrere Überlänge Parts. Und da ist es hoffentlich nicht so verwerflich wenn mal ein Part kürzer ist. Aber vielleicht mal gucken. Vielleicht ist das Level was jetzt kommt ja genau richtig. So. Vielen Dank Sigi. Oder wei. Ups. So ein neues Level von 1988 Drake. So. Bin ich auch mal gespannt. So. 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 Und ich kriege immer noch Kommentare. Ehe so geil. Und immer noch werden meine Level gezockt. Guckt euch das an ey. Meine Level werden gespielt. Das ist so schön. So. Level wird gesergt. Vom Drake. Oder vom Drackel. Ups. So was ist das denn jetzt. Rescue Yoshi. Okay ich bin gespannt. Genau. Es war ja glaube ich so dass wir hier in einem Dorf sind. Das Karmik Yoshi entführt hat. Und den werden wir jetzt retten. So. Oh. Mit den Häusern ist ja niedlich. Das ist ja niedlich mit den Häusern. Das ist so das. Das Dach ist cool dargestellt. Wir sind ja hier in so einer. In so einer Luftschifffeld. So. Oh. Was für ein Riesenhaus. So. Okay ich glaube das. Hier soll ich glaube ich noch nicht rein. Weil das noch nichts bringt. Bei der Baum. Mit so einem kleinen Blümchen Garten. So die Wolken wieder als Schornsteine. So gehe ich mal in das Haus. Okay hier kann ich schon eventuell ein bisschen. Achso halt. Ja ist klar. Ich weiß wie. Hier kann ich eventuell schon ein bisschen mehr schaffen. Hops. So. Oh nein. Ach wie gemein Mann. Da muss ich auch noch richtig drauf landen. So mitnehmen. So ich weiß gar nicht was jetzt noch hier rechts ist. Ich brauche jetzt den Schalter um. Da nach links wieder weiter zu kommen. Hier haben wir auch noch eine Tür. Und hier was kommt hier? Gibt es hier einfach nur Gumbas oder was? Okay ich gehe einfach mal. Ich gehe zurück ins erste Haus. Das man. Das Haus man. Das erste Haus. Das viel größer in drin ist. Als es von außen den Anschein hat. Ah okay. Das ist nur für einen Pilz. Da bin ich doch dabei. So. Okay. So. Ich muss hier irgendwie wieder oben drauf kommen. Das ist ja jetzt irgendwie. Ah verdammt. Hoffentlich sind die Kugeln jetzt nicht so. Dass die jetzt aus Versehen anders fliegen. Und ich da gar nicht mehr hochkomme. Bärm. La 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 la. Ja das sieht jetzt nämlich sehr schlecht aus. So komme ich nicht rauf. Ich brauche. So. So. Okay gut. Nein. Nein. Okay. Haps. Haps. So geschafft. Raus hier aus dem Haus. So hier gab es nur den P-Switch. Der mich groß macht. So. Was ist das für ein Haus? D-Dum-Bam-Bam. Okay. Hier kann ich nichts tun. Erst später allen anscheinend nach. Gehen wir mal hier rein. Ah. Wieder so ein geiles Haus. So. Okay. Ähm. 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 D-Dum-Bam. D-Dum-Bam. Äh. Okay. Da brauche ich den. Hier brauche ich auch irgendwas um hier. Oh. Hier muss ich glaube ich hochfliegen. So. Also brauche ich erstmal wieder eine Flugfeder. Die wir bestimmt in anderen Häusern bekommen. So. Hier brauche ich den Stachelpanzer. Ja. Damit ich wahrscheinlich eine Sprungfeder bekomme. Und so sammeln wir uns ja jetzt einfach mal alles zusammen. So. Hier zum Beispiel. Ähm. Komme ich lang? Wartet. Ne. Komme ich nicht lang. Ist Quatsch. Also ich würde langkommen. Aber ich weiß nicht, ob das so gewollt ist. Ich meine so. Und dann lasse ich mich einfach einmal treffen. Und bin ganz fies und hole mir die Blume. So. Das ist glaube ich nicht so gewollt. Aber. Naja. Mann. So, jedenfalls habe ich eine Feuerflauer. So, ich weiß aber noch nicht, wie ich da hochkommen soll. Wie ich da zurückkommen soll und was mir das auch alles bringen soll. Okay, da gibt es einen Stern, den ich mir auch mit dem Stachelpanzer holen kann. Oh, oh. Oh, ja, ja, ja. Ups. So, verdammt, verdammt. Stirb. Oh, nein. Ach, verdammt, es hat alles verloren. Da gibt es den Helm. Ah, oh Gott. Das muss ich eigentlich nochmal, muss ich jetzt echt nochmal alles nochmal machen. Ich gehe einfach mal weitergucken. Vielleicht gibt es hier irgendwo ja die Röhre, äh, die Feder. Noch ein Haus. Okay, hier brauche ich den Helm. Äh, Mann, oh Mann. Ich brauche den Helm. Wie zur Hölle soll ich das denn jetzt machen? Die laufen da alle rum? Ähm, in eine Falle? Was soll das bringen? Mann, ey. So, das war's. Mörser gibt es nicht. Ich brauche hier den Helm. Und, ähm. Ja, hm. Da, da, da. Voll das Rätsel. Ja. So, ich glaube, ich muss mir jetzt so ja wieder den Pilz holen, oder? Das geht sonst, glaube ich, gar nicht anders. So, was war nochmal hier drin? Bam, 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 ba, da, lam, bam. Die Feuerblume. Okay, die kommt doch immer wieder. Oh, Mist, ey. Hm. Ach, warte, nee. Braucht er gar nichts. Ich kann ja hier so lang. Ich bin ein dummer. Oh, ich bin einfach down. Okay, man braucht also den Pilz am Anfang. Für, damit man die Feuerblume da kriegt. Und dann, glaube ich, sollte ich weitergehen können. Okay, Mann. Test dich einfach weiter. Weil das macht so'n Spaß. Hups. Hups. Okay. Ups. Das wollte ich nicht. Sorry, Mann. Alles nochmal. So. Och, Mann, ey. Zack. Grem. Aus dem Raum mit dem Pilz wieder rauszukommen, ist immer ein bisschen schwer. Oder zeitaufwendig. Nennen wir es mal so. So. Ach, guck mal. Das sind ja auch die Münzen, die darauf hinweisen. So. Hör mit dem Magic Mushroom hier. Bum, bum. Das muss ich ja auch erst mal warten. Bis die Münzen weg sind. Bum, bum, bum. So. Och, Mann, ey. Du, du. Just to the needed. Ja, seht ihr, das ist ein bisschen doof jetzt. Jetzt kommt die Kugeln nämlich genau blöd. Muss ich erst mal warten. Bis die hier schießt. Eine Weile auf den Boden zu rast. Und dann so. Ach, Mist. Okay, so müsste es aber klappen jetzt. So, okay. Oh, yeah. Man kann ein bisschen steuern, wann die Kanonen abgeballert werden. Das ist ganz guuuuut. So, ich muss jetzt. Ich bin so ein Vollhorst. Also. Nein. Wow. Ach, Mann. Jetzt ist der Part halt wirklich eigentlich schon vorbei. Aber es dauert hier so lange, weil man alles immer wieder von vorne machen muss. Ist ja an sich okay. Aber. Ne? So. Man will auch mal Schicht machen hier. So. Vor allem, da ich halt nicht wirklich weiß, wo ich hier nach hin soll. So. Warte, weil ich das mal gleich so, dass die Kugel schießt. So, dass ich es auf dem Weg nach unten. Oh, Gott. So. So. Nein. Okay, aber das klappt. Hops. Hops. Nein. Was? Ich raste gleich aus. So. Zwei Häuser sind erledigt. Ne? So. Dann muss ich ganz kurz nochmal gucken. Also hier brauche ich bloß noch in ein Haus rein. Was? Wofür ich, ähm. Ja. Es ist entweder auch sowas wie ein Stiefel oder sowas benötige. Irgendwas, was ich abspringen kann. Hier merken wir uns mal. So, hier müsste es die Feuerblume geben. Ne, hier brauche ich sowas wie die Feder. Würde ich sagen. Da muss ich nämlich hochfliegen. Oder halt auch was zum Abspringen. Andi hat ja schon extra so gemacht, weil die Feder kann ja, die Feder kann ja, na hier, ihr wisst schon, ähm, die Dinger so wegdrehen, damit man seitlich vorbei kann. So. Wow. So, hier brauche ich jetzt den Pilz. Knack. So, dann mache ich es mal wieder ein bisschen schneller. So. Oh Gott. Oh Gott. So. Watz, 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 watz. Watz, watz, watz. Watz, 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 watz. So. Oh. Okay. Weiter geht's. So, jetzt weiß ich aber, wo ich jetzt hin soll. Mit der Feuerblume meine ich. Ist ja alles okay, aber... Ich meine, hier ging es ja auch nicht weiter. Hier brauche ich, glaube ich, den... Okay, was ich hier brauche, weiß ich gar nicht. Ja, hier brauche ich, hier brauche ich, glaube ich, die Feuerblume. Genau. Ach, wenn da was markiert ist, dann bleibt der da oben? Krass. Wenn da auch was auf ihm drauf ist? Wusste ich gar nicht. Mann! Jetzt, komm schon. Scheiß Ding. So. Okay. Okay, hier muss ich lang. Für den Helm. So. So, okay. Gut. Damit kann ich jetzt in ein anderes Haus rein. So. Gut, okay, Leute. Das sieht doch gut aus. Wo war das Haus jetzt nochmal? Mit der Helmet-Tag. Warte, war das hier? Da da... Dann brauche ich bestimmt auch den Stern an ganz bestimmten Orten. So, da ist die Feder. So. Okay, aber... Das ist ja geil. Ah, wie cool. Das ist ja richtig cool, dass sowas geht. Wie geil ist das denn? Nicht schlecht, nicht schlecht und sehr beeindruckend, muss man sagen. So. So. Okay, Feder, komm bitte raus. Yeah! Wow, 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 wow! So. Weiter geht's. Zurück, wo ich hinfliegen muss auch. Kann man einfach so eine Brücke bauen. Also richtig cool. Richtig. Nice. So. Ups, na, hier brauche ich nicht mehr hin. Wow. So, jetzt geht er ganz nochmal zurück. Was soll ich nochmal mit dem Stern machen? Also, oder was soll ich überhaupt mit dem Stern machen? Also halt hier bin ich auch falsch. Mensch, wo war denn dieses olle Haus? War das hier? What? So. Nee, hier brauche ich... Ah, die Sprungfäder brauche ich denn? Okay, alles klar. Oh, Mann, ey. Der wird ja noch ewig dauern, Leute. Das wird ewig dauern, das Level. So, hier komme ich jetzt nämlich lang. So. So, okay, und dann fliegen wir mal. Okay, Mist. Also, hier müsste ich jetzt halt hochschliegen können. So, ich muss bloß, äh, natürlich... Ach, Mann. Das muss natürlich nur schnell genug sein, dass ich, äh, hier langrennen kann. Ah, wieso das denn jetzt klappen? Wooo! Oh, was hat jetzt geklappt? Okay, warte mal, es klappt so nicht. So, jetzt aber... Upsala! Was zum... Leute, es klappt nicht. Bam, 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 bam. Weil man sich hier so beeilen muss. Nein, jetzt hat es beinahe geklappt. Das ist ja... Aber an sich ein cooles Level. Ja, muss man ja sagen. Wooo! Nee. Ach, Mann, aber man ist hier so beengt. Man hat hier kaum Zeit. So. Ihr seht da ja schon, ist wieder alles hier verballert. Ach, Mann! Oder soll ich die Dinger einfach mitnehmen? Nee, bringt ja auch nichts. Die Dinger da oben zu befreien, die sind bloß dafür da, um mich zu nutzen, würde ich sagen. So, geschafft! Okay. Ähm. Ich muss meinen Helm verlieren. Ich glaub's einfach nicht. Okay, wartet mal. So, Helm verloren. Geil, Mann! Zack! So. Alles klar, weiter geht's. So, dann lass uns mal going. So, das wird wieder so ein langer Part, ey. Hm. Hm. So, was kommt jetzt hier raus? Eine Sprungfeder? Nee, eine Bombe. Okay. Du, 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 du. Zack! So, okay. Ach, hier müssen wir heute noch eine. Hm. So geht das ja nicht. So. Flupp! Wow! Okay, das war zu weit. Warte mal. So, geht doch so. Ja, ja, ja. So muss das sein. So, mit der Sprungfeder muss ich doch jetzt eigentlich wieder ganz so... ...durück, ne? Wo war denn dieser olle Geisterraum? Dieser Geisterraum. Ich glaub, es kam. Es gab da so einen Geisterraum. Da, bam, bam, ba, dam. Genau, der war hier. So, wo ist... Was soll ich jetzt hier schon... Soll ich jetzt schon hin? Ja, ich glaube, ich glaube schon. So, und... Nee, okay, noch nicht. Jetzt aber... Ah! Verdammt, ich hab mein Dings verloren. Hoffentlich war's jetzt nicht schlimm. Hoffentlich war's nicht schlimm! Nee, dann, dann, dann. Oh Gott! Da ist Yoshi! Yoshi ist mein Freund. Ja, der Yoshi ist mein Freund. Hm, hm, hm. Oh mein Gott. Jetzt muss ich Glück haben, was der hier... ...wat der hier die Dinger verwandelt hier, oder was? Hey, oder ich kann hier einfach... Der hat hier auch wegge... ...weckgezaubert. Nein, ich bräuchte... Ich bräuchte eigentlich sowas wie... Ne? Na, ihr wisst schon. Oh Gott, warum... Warum spawnt ihr nur sowas? Na toll. Ich geh einfach mal hier rein. Ich komm hier nicht rein! Oh, ich muss hier mit Yoshi... Oh Gott. Warte mal, hier kommen ein paar Fehler raus, oder? Komm hier nicht eine Fehler raus? Ah! Nein! Okay, Leute, das muss ich jetzt leider abbrechen. Tut mir leid, aber ein sehr cooles Level. Einen Stern kriegst du trotzdem von mir. Ich muss das leider abbrechen, das wird der Part zu lange. Das war sehr cool. Das sind sehr coole Ideen. Ich hätte jetzt darauf gewartet, dass der Kamek so eine Blöcke in Schildkröten verzaubert, die er halt hochschmeißen kann, um ihn wegzubaschen. Und dann hätte ich geguckt, wie ich da an Yoshi rankomme. Vielleicht irgendwie eine Treppe oder irgendwie sowas bauen. Wäre bestimmt gegangen. Und dann hätte ich mit Yoshi da hochspringen müssen. Der wäre bestimmt auch schon relativ zu Ende gewesen, schätze ich jetzt mal. Denn wir hätten Yoshi dann schon gerettet. Auf jeden Fall ein cooles Level. So, habe ich die ID gezeigt? Dann kann ich euch nochmal zeigen, wie die ID dafür ist. So, alles klar. Das hat natürlich keinen Kommentar gegeben, verdammt. Sieht schon krass aus, ey. Doch, war schon eine coole Idee. Ja, da oben sieht man in der Miniatur das Ziel und so, dass man da aus der Röhre rausgekommen wäre. Und ja. Auf jeden Fall ein sehr cooles Level. Sorry, dass ich jetzt den Kommentar vergessen habe. Aber ich sage es hier so. Sehr cool, sehr cool durchdacht. Mit überraschenden Rätsel-Elementen, die ich noch nicht kannte. Mit der Brücke bauen und so. Sehr, sehr cool. Und ich glaube, so ein Ding werde ich auch mal bauen. So ein Rätsel-Level. Das wird geil. Also dann, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für die neuen Level. Und beim nächsten Mal geht es weiter. Ciao. 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 Ciao.